Wie? Was? Wo? Hätte ich jetzt einfach nur so stiller Beobachter. Meint ihr damit, ich soll nix machen die ganze Zeit? Ja, ne, ist klar. Komm ich sofort drauf. Wer lässt sich so ein Mist einfallen werden? Wer kommt mit normalem Menschenverstand drauf, nix zu tun? Ich denke damit immer, äh, ja. Da ist ein Ritter, der ist ein stiller Beobachter und er ist derjenige, der zum Lösen des Rätsels beihilft. War doch nicht, dass ich nix machen muss. So, Moment, Karte, da. Schild und Schwerthülle, das ist ein Schwert, das ist ein Schild. Schild und Schwerthülle. Herzlich Glückwunsch, wir haben den Titel des Rätsels somit gelöst und können uns darüber freuen. Hä? Doch. Okay. Jetzt dürfen wir was ganz Verrücktes machen. Und zwar... Mir geht das so. Ich hab's vergessen, wie... Moment, nochmal kurz überlegen. Ich muss zum... Genau. Jetzt hab ich's. Ich weiß wieder wie. Und zwar... Wir können ja jetzt wieder in den Raum, wo wir unsere Superschleuder bekommen haben. Können wir jetzt hier diese hübsche... Ja, Brücke benutzen. Und somit sind wir ja wieder hier. Und somit können wir auch beeinflussen... Äh... Wie sich das Ding bewegt. Weil normalerweise hätten wir ja jetzt immer nur hin und her schieben können, das Rad. Und so kommen wir erstmal hier dran, an den Schlüssel. Und... Jetzt... Jetzt... Kommen wir auch entweder... Entweder... Endlich wieder... Jetzt hab ich's. Hier entlang. Und können weit... Tja. Aber so in etwa könnt ihr das euch auch in der letzten... Äh... In der anderen Aufnahme vorstellen. Mit diesen Rittern. Genauso wie das gleiche Problem hatte ich nämlich beim letzten Mal auch. Und jetzt... Einmal dürft ihr raten, was jetzt gleich passieren wird. Genau. Nein, nicht die Wand geht zurück. Ach, was denkt ihr denn? Da kommt ne Treppe. Okay, und mit der Treppe kommen wir hier hin. Und mit Bomben kommen wir hier weiter. Hm... Ich glaub, ich bin nur da unten lang. So, jetzt haben wir noch einen Schlüssel. Den können wir nicht weiter. Okay. So, und jetzt können wir da unten dann weiter. Und sind wir beim Halbendgegner. Keine Kerner. Keine Kerner. Keine Kerner. Okay. Es ist kein Ding. Ich hab schon beim letzten Mal nicht verstanden, was der Mann hier von mir wollte. Ach, ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun. Ähm... Moment. Ich hab ne Idee. Okay. 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 Ah, okay, aha, okay Ich hab da so ne, äh, Ahnung Ich glaub ich, warum nehm ich da noch das hier? Ah, oh, oh Nein, das macht er doch nicht wirklich mit mir Ah, Gott Seid doch verrückt Ja, dachte ich mir Ihr elendicken Ja, 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 na klar Ist okay, macht euch nix draus Boah, hab ich gerade eine Freude Boah, Endgegner, yay Kannst du mich mal gern haben? Ich geh jetzt erstmal auf Arcanumjagd Ich bin mir nur ne normale Schleuder Kann ich besser mit arbeiten So, probieren wir es nochmal Ja, 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 nein, nein, ja, ja Ist klar Hm, ja, natürlich, ich lauf den ganzen Weg nochmal Bin ich den Größers? Ich reg mich nicht auf, nein, das tue ich nicht Wenn ich auf so ne Idee komme, ich ja, nein, ich, ja, ich schieße Arcanumjagd auf diese Eispfeiler Und bewerfe an den Gegner damit Indem ich ihn nochmal in seine Feuergestalt verwandle Sonst noch irgendwas? Sonst noch wünsche? Kommt her Ich hau dich kaputt So Ihr sollt jetzt besser kein Gegner über die Leber laufen Ich bin gerade richtig gut geilaunt Da Nein, 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 nein Ich hab hier so viel Spaß Der Gegner macht mir so viel Freude Ja, ist das sowas von verdammter Anspruchsfall Naja Okay, jetzt wissen wir ja immerhin, wie er funktioniert Und jetzt können wir ja gleich gegen ihn vorgehen Ja, ja Sammle Fee und verliere sie Die Leben, die du gerade gewonnen hast Ja Gut, da war ja was Ich muss ja da wieder drüber springen über den Mist Ich will nicht Ich bin rein aus der Partie mitgesprungen Da könnt ihr mir nichts anderes erzählen Dümme Schaden Dümme Schaden Dümme Schaden Uhhh Ja, 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 ja Alter! Komm mal klar! Bringt Null! Gut zu wissen! Bist du nicht denn erst? Die töt' ich jetzt! Egal was der... Nein! Ah! Fälschlich so! So! Jetzt wird das geklärt... Oh, oh, oh! Elendicke! Und... Jetzt! Scheiße! Zwei Herzen! Olé! Naja, spring doch! Ich hab auch das tatsächlich... Herz, 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 Herz... Herz, Herz, Herz... Ich hab ja gerade so in den Arsch treten! ... 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 Vorher gesehen, davor, her, seh, und, ah, gibt's schon. Ähm, safe. Speichern. Nein, nein, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Gut. Schleuder. Danke. Ja, ja. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich verarsche mich halt noch mehr. Hätt. Hätt. Ah, ja. Okay. Macht Sinn. Och, komm. Da. Nerv. Näh. Ich hoffe nur dreimal. Hoffe ich inständig. Da. Da. Ja, ist klar. Boah. Da. Gegner. Gott. Nie wieder. Nie wieder. Habt ihr gehört? Äh, Gott. Das mach ich sogar anders. Das mach ich. In diesem Sinne. Sichern und fort. Meine Güte. Dä 45, Entsplace zu. invari đây. Och, das ist wirklich ein kind, Wie geht es los? Da bin.